hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge astro mir heute wieder mit dem lieben hallo und ist schon wieder nacht verdammt den ganzen tag über gepinnt so wie es aussieht ein hauch frische installiere den sauerstoffmacher im senobiolo biologie labor silber sogar versorge dass sie nur biologie labor auf syne war mit energie wirklich viele beiz kriegt aber auch nicht jeweils und 250 wust modus hoher modus gucken wie ich das machen muss ja energie was sind jetzt hier eigentlich die unterschiedlichen zeichen was gesagt gelb ist gut und bei diesen stromkabel ja je dicker das stromkabel ist so mehr strom hast du drauf du hast hier wenn du hier mal auf dem stromkabel anschluss guck siehst du unten zwei gelbe ringe und oben zwei rote ringe wenn du keinen strom was sind die rot oben und da wir jetzt genug strom haben hast du also auch fluss und wenn du so wie hier jetzt siehst dass der schwarze streifen nicht beleuchtet das ist doch kein strom angekommen und die pfeile zeigen die dann jetzt bei dem die flussrichtung an du kannst nur in eine richtung strom transportieren hier in dem fall weil manche anderen kannst in beide richtungen also stromabnehmer und stromgeber hier ist es aber in dem fall nur ein stromabnehmer macht das ja ordentlich doch versuch es ich wollte mir mal so ein booster bauen aber jetzt legt habe ich oben drauf leuchtfeuer brühen ich keine generatoren verbindungen habe ich noch das weiß ich nicht erst neu das ist glaube ich mit dem letzten update gekommen jetzt erfahren das habe ich noch nicht rausgefunden was damit machen kann bohrer anpassung stufe 1 wird er aber da bräuchte wir keramik ja dann müssen wir wirklich so ein bisschen durch die kante waren wir fahren mal oben in die berge bei dir geradezu wir wollen ja irgendwo da hast du ja schon leitung hingelegt und haben jetzt mal in die berge dann gucken wir uns nämlich mal ob wir jetzt wollen wir denn hier noch ein paar lager teile wenn wir hier sammeln wollen okay dann machen wir noch oder willst du jetzt nur die forschungsteile mitnehmen erstmal ich nehme nur die forschungsteile damit weil die bringen sie können die forschungsteile auch später holen das ist kein problem ich würde sagen ich würde schon das ressourcen mitnehmen die mehr lager wir jetzt auf haben dass du mehr ressourcen können unterwegs finden du nimmst jetzt deinen trecker machen wir da hinten drei lager drauf da haben aber auch was ist denn man hier bei mir hämmert dass ihr seid ob ihr irgendwo irgendwo irgendwas eingebuddelt ist hier in welcher teile lieben haben wir kloppen jetzt höre ich nicht das hast du anscheinend so was hat man jetzt das dort wo hast du jetzt die ganzen lager bei dir drauf gehabt hast du jetzt alle weggepackt oder was ja die stehen irgendwo rum ach so dann müssen wir uns noch mal ein paar lager bauen das brauchen wir hier nicht nur eins ist noch leer dann nimm das gleich mal dann schmeißt das bei dir drauf oder wurde wird hier weggenommen wir brauchen wir brauchen jetzt 1 2 3 4 5 ja so sind wir wirklich geräusch also dörren muss ich da großes lager ach das sind diese ach das sind die ach so ich brauche das vorschaubild gucken es gibt noch ein anderes großes lager aber das ist ein anderes von einem anderen druck eins mehr bitte ja in arbeit du brauchst jetzt zwei stück bei dir eins habe ich also wir brauchen viel mehr hart wenn wir mehr lager haben wollen wir jetzt unterwegs sind wir jetzt in die berge fahren gucken ob wir jetzt finden das sind so eine grünen stäbchen die aus dem berg raushaken oder wir finden sogar noch das verpacken material ich nennt sich das jetzt gerade muss man das material so hier hast du noch eine packung dann brauchst du jetzt muss noch zwei jänner ich krieg das gerade nicht dran worte dass man das material so hier hast du noch eine packung dann brauchst du jetzt noch zwei jänner wenn du noch den einen jetzt auf dem anderen du hast du jetzt bei dir ja noch viele noch drei jahre so und jetzt 1 größte noch und ich habe drei schon bei mir drauf ja bitte ich naja einer war schon noch denn wird keiner mehr hat also ok dann wo einmal über neuer schmeckt wird keiner normal dann müssen wir mal los aber manchmal noch ein bisschen was wegpacken ja ich muss ja nicht mehr mitnehmen als ich brauche die mehr wir jetzt unterwegs finden und platz haben zum mitnehmen dass du das guck ob die überflüssig material nicht ich habe jetzt nur ein bisschen erde und für die sauerstoff dinger mit untert licht ja das reicht hast du kann das damit ja hast ja dran oder für erde das sind solche erde habe ich mit gucken wir mal wo haben wir jetzt hinter uns sind ja berge dann fahren wir hinter uns mal rein einen großen bogen fahren hier dann fahren wir über den müllhaufen immer drüber also haupt priorität ist erstmal leben ja das finden wir jetzt unterwegs mit vorsicht guck mal hier rechts von mir da sind seine pflanzen wenn du da drauf tritt macht das hängen und du bist durch die gegend geschwappt das kann natürlich mal passieren dass wir denn sonst wo landet ja ich ganz am anfang ja eingepflanzt weil da waren nämlich zwei sie war ich schon die bohreinpassung hast du noch nicht gemacht nee nee wollte ich eigentlich machen aber wir haben ja keine keramik die brauchen wir jetzt ja wir schleudern uns jetzt erstmal keramik schnell du brauchst nämlich weil das material je härter ist du kannst das nicht mit deinem normalen bohrer machen du brauchst die bohreinpassung genau schleudern wir uns ein bisschen keramik wenn der mal absteht das sieht aber so lustig aus wo ist unsere höhle da ist unsere höhle da ist unsere höhle ich muss schon ein bisschen ok ja aber hast du ein loch zugemacht hier manchmal gar nicht so einfach hier mit diesem terraforming tool also manchmal kannst du hier so durchfahren durch diese sauerstoff dinge und manchmal musst du dir halt so wegklicken ich habe immer noch materialien meinem stöpsel dran hier ich muss mir erstmal ein bisschen erde mopseln damit ich das zentrifugieren kann soll ich dir ein bisschen mithilfen ich habe gleich ein kann das noch voll woher noch im zweiten und pro kanister kriegst du sechs stück ja es ist gesagt genau es kommt auch das material davon hier bei dem leben ganz knapp bei dem leben kriegst du sechs pro kanister dann raus das ist nicht schlecht bei manchen kriegst du nur eins zu eins raus also das ist unterschiedlich je nachdem wie selten das ist du kannst nicht alle materialien auch über die zentrifuge kriegen ich glaube nur die norm standard material also außer aluminium aluminium kupfer die kannst du nicht machen also das sind die standard materialien die jetzt hier auf silber alle anderen ist dann noch materialen kannst du sowieso nicht machen so ich habe voll wo ist wohl ja dann kann man jetzt nochmals vor ist aber noch ein paar verpacken was ist verpackt damit kannst du zum beispiel diese kleinen großen knüppel die ja eigentlich zwei sind in der nacht verpacken und christian nur ein knüppel draus und den kannst du dann natürlich auf 8 verteilen statt anstatt zwei das ist gut ja noch meine strome einstecken wenn ich baut oder so ein anderes und dinge ja manchmal ja auch mal ja ja kann ja natürlich anstellen das ist ein mittel groß war also die große aber nimmer b ja wieder mit den seiten teilen so plattform b dreimal harz bruch ok und sonst hat in der nehmig gibt wir haben nur zwei mal hart hast du noch ein bisschen harz irgendwo rumliegen nein aber ich könnte jetzt statt ich habe gerade rein ich bin natürlich gesagt schlöder der gleich welche gerade hier ja ich meine ich kann jetzt aber er ja wieso da ist man kann es nur jetzt haben wir leider nur warte mal den schlöder stich hat ich mache dir gerade hart dann mache ich mir nämlich nochmal schnell die beiden tanks voll mit material und dann machen wir da nochmal eine ladung keramik also die leben vielmehr keramik ist ja dann wenn du es gebrannt hast ich habe gerade einen baum an den kopf gekriegt und hast gestorben hey weißt du bist gestorben? ein baum? nein natürlich nicht ja gut hätte sein können dass wir das jetzt auch eingefügt haben also gut alles 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 gut also von den schnecken findet man doch relativ viel muss ich sagen auch wieder auf fünf stück wie brauchst du für dieses objekt was wir eben hingestellt haben dafür brauchst du ja ich will dich verraten macht ja spaß du kriegst dafür was er hat für verschiedene spezielle effekte sind aber ich verrate nicht das ende wenn du alle nach 7 8 ich glaube 88 tiere sind ja auf ihrem planeten das 1 also acht stück hast du denn dann hast du verschiedene und wenn die mehr zusammen hast so lustig und dann sind ganz nachts das nicht so heißt zum beispiel wecke die wir sauberstoff geben aber alles ist doch alles sagt ihr ja nicht alle auch in den patch note steht also so jetzt schleudigste noch mal leben hast du gesagt brauchen wollen genau keramik ist ein leben und hast hier noch sein jetzt mache ich dir noch sechs leben damit die plattform die plattform machen kannst du halt bist ja gesagt aus der dreimal haben wenn ich mich jetzt nicht recht erinnern warum ist denn so groß gehen auf meinem rucksack irgendwann so zwischendurch ja aber das war noch bevor wir gesagt dass eben brauchen wir nicht ja das ist mir ja egal was warte mal überbrückungskabel bonus 2250 bei belohnung erfüllt installieren den sauerstoffmacher ja den müssen wir uns dann noch mal herstellen so dann mache ich jetzt erstmal keramik das kann jetzt wieder runter dann kann jetzt erstmal die forschungsstation die plattform fertig schmeckt und das sind eins gleich schaffe so weg aber so verschwunden soll ich jetzt eine bohre anpassung stufe 1 produzieren ja 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 weil das gelände ist denn ein bisschen härter da brauchst du schon mal die einzelne du kannst das mit dem ein mit dem normalen auch machen er dauert aber länger aber dann kann das gibt denn wenn du das auf deinem ding drauf macht einzelnen weniger ja also ich habe bei mir immer nur die breite anpassung und die die herrte den den bohrern stufe 3 dann in einem eins zu spät und wie drei vorher denn die 12 dann kann ich dir das ja schon mal geben dankeschön das kannst du aber nur auf das auf dein ding drauf machen auf dein genau das umschalten kann ich aus oder an machen oder was ja was hier da ist geschaltet aber ich werde grün müssen wir schon an sein ach sie haben nicht so viel energie ok jetzt geht es oder power du kannst die auch unten verriegeln die dinge dass die nicht verrutschen die objekte ich würde nur warum werde ich jetzt nicht anschließend kann das kannst du an den nicht anschließend weil die kaputt ist das ist die alte darum habe ich da ja die links drauf gemacht weil du hast keinen anschluss mehr an der seite dran kannst du hier vorne an dem kabelstecker machen wo die turbine drauf ist oder auf einer anderen passiert jetzt haben wir hier ein bisschen platz so jetzt können wir noch hier wenn trifur gerufen und ich immer genau sehr schön dann machen wir dazu oder machen wir jetzt noch zwei lass es noch bitte noch zwei sind die vogal regale machen können wir das ist ein zimmer fürs material nehmen wenn das rauskommt dass das eingelagert wird nochmals noch ein ja wo das müssen wir wahrscheinlich damit machen das können wir auch später machen können jetzt dass meine tour machen so du nimmst deinen gelben ich nehme meinen blauen ja und dann müssen wir erstmal in die berge weil ich mir aber erst mal leer ich dachte was gerade auf der letter mein rucksack die forschungspunkte nicht gesehen immer schön mitnehmen das ist egal wohin in die berge müssen wir jetzt erstmal reinfahren da wo die schneekuppe drauf sind da finden wir denn auch das sind so eine grünen stacheln sehen die aus das ist kupfer wir sind aber überall so ganz gefährlich du fährst hier an der seite guck mal hier sind auch die aufbrüchen stromen ja ich wollte erstmal hier oben parken ja kannst du doch auch noch mal gucken ob wir irgendwo was sehen wenn nicht nur eine andere stelle finden aber da ist natürlich ein ganz kleinen berg hier ich glaube hier unten sind weg oder das sehe ich gerade nicht das ist aber ich würde hier gerade im berg runter wie kann ich das jetzt verpacken was war nicht war mit dem druck auf scheinen scheinen bleibt nicht mit meinem verpacken was wollen dafür wäre viel zu haben glaube ich gar nicht das ist noch ein loch hält doch ich habe was ich habe geprüft und gar nicht so weit weg wo ich stehe genau hinter der wie ich dachte meinst du ja okay ich dachte das gehört hier zum environment in den falle sind das mal ausnahmsweise kupfer malachit kupfer grundstoffe ja genau malachit heißt das ich kann man nicht mehr drauf kriegst aber leider nicht viel raus aus dem scheißzeug und das kannst du nicht erschleudern über die presse über die zentrifuge es geht nicht aber du könntest später mit dem autoroboter dieses zeug abbauen dann kriegst du auch wie gesagt mehr raus ist natürlich aber auch ein ganz schöner haufen auf teures straß weil die energieversorgung braucht aufgestalten muss dann sammeln lieber ein nicht dass ich irgendwie so ein halbes kuppe wegnehmen und du hast ein halbes kuppe wissen man hat ein ganzes haben können theoretisch so ist noch ein bisschen was okay ich habe jetzt leer so wie es aussieht jetzt nichts mehr das ist noch ein bisschen was eine kleine windturbine liegt hier oder mit immer mitnehmen was zu kriegen kannst das ist eine kleine 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 dann nehme die mit und bringt aber achte auf deine dauerstoffe statt nämlich eben auch schon wieder bieten bing 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 hier stück kann man schon mal na das war schon mal nicht schlecht besser als nichts ich habe zwei habe noch so lange gemacht dass ich den zweiten voll hatte und dann habe ich halt aufgehört so zwei habe ich wenn ich aber den rufen wir noch mal hier kurz rum um den berg aber hier war ja nichts das ist ja auch gleich unsere höhle ich meine sagt unsere kauf gleich vor der vor der haustür okay dann war es das hier ist nichts weiter dann können wir zum nächsten berg mal fahren dann guck mal ob wir da was finden hier ist noch mal so ein seltsamer gegenstand gut licht und stromverlängerungen die kann man mitnehmen die brauchen wir zwar nicht im moment warum also nicht ja doch wir haben ja eben gerade gemacht wie die kleine kapsel da zum anschließen ja noch sprengstoff das machen was bei uns vor der tür liegt damit wir das denn einsammeln können so oder mal hier kommt ich vertraue dir ein bisschen sprengstoff an ja dass ich schön in die luft bliege guck mal guck mal ob wir hier was haben oder sehen was wir da drunter haben das könnte zum beispiel dafür nehmen um die dinger kaputt zu sprengen ich weiß ja nicht wie schwer das so ist dabei da habe ich noch nichts aussieht aber auch nichts aus ist ob da was drin ist es gibt zum beispiel manchmal so eine riesengroßen sonnensegel so eine solarsegel wenn du diese findest warum es wird grafik versucht mit nach hause zu ziehen feststoff die sind nicht schlechter wollten weil diese diese riesengroßen dinger wenn du die nämlich nach hause christ kannst du nämlich schön energie damit sammeln weil die sind extrem ergiebig die teile sommer keramik und aluminium gefunden ich habe ein karam 2 kanister gefunden die können wir ja für immer brauchen was so und hier hast du noch feststofftuster kannst du für dich auf deinen rucksack stopfen ich brauche den nicht da kannst du zum beispiel diesen treibstoff das ist hydrazin aus dem ammonium machen und kannst denn damit fliegen aber nur eine gewisse zeit aber ich habe das immer 50 groß 50 mal ganz vor uns ist ein großer berg da gucken wir mal ob wir da wieder was material finden sprich jetzt mal noch hit und könnten wir sein dass wir vielleicht auch das schwarze rauch kann man auf den namen jetzt quasi nicht das wollen wir für die verpackung grafik finden grafik habe ich weil es einmal hier drin schon fertig und für die verpackung die sind immer schön damit kannst du nämlich wie gesagt diese forschungsobjekte die großen knubbel zu einem knubbel machen und dann kannst du nämlich mehr davon transportieren als nur ein kannst du dann acht transportieren du brauchst aber bitte verpackt kriegst du darum kopf und 1 1 1 1 1 1 1 eine erst als ein sachl ein tappel manchmal ein bisschen strom wie gesagt die dinger hier da kommt so ab und zu mal drauftreten es ist aber gefährlich wenn man bestimmten schlechten hast wurde drauf fällt kann das passieren dass er dann auch stirbt also wir vorsichtigen pflanzen so wird es hochgeschleudert dieser wenn du weite noch weggeschleudert wird kann es auch passieren dass du dann stirbst möglich ist alles richtig dicke hülle richtig dicke hülle ich wollte jetzt einmal erst mal versuchen wir erstmal um den berg drum herum zu mal gucken was wir finden erst mal hier vorschlosser fixe noch bei klein ok mal lachet da musst du wieder ein wasser bischof noch mal ein bisschen drauf ja ich hab graffiti gefunden ein knubbel aber du willst mich ja jetzt das ist ja trotzdem wenn jetzt zum beispiel da oben den malarchit anfängst du kannst ja mal gleich gucken nur wenn du einmal drauf drückt die weitest schon hinten ob dein sauger fertig ist wie gesagt er zählt alles mit aber ich weiß halt nicht wie viele unterschiedliche mit sie können auch sein dass er nur drei mit zählt und sobald empfiehlt das überschreibst du ja den ersten so jetzt war es hart hier gerade jetzt merkst du gerade dass das richtig hauptes material jetzt stein dauert länger denn zum bohren jetzt ein großer spot also hier könnte man ein bisschen was rauskriegen ja das ist gut so dann guck ich mir mal an wie das hier mit diesem verpacken funktioniert aber du musst den verpacken so nimm dir mal den verpacken hand so jetzt legt die hand nehmen wir jetzt auch das ding drauf packen auf das objekt so und dann kriegst du den jetzt an und aufs verpacken und schon ganz acht dinge einpacken an der brust hat jedes mal wieder nicht zwei die du mitnehmen kannst oder nur ein weil ja vielleicht wenn einhänger auch mal sondern kann es auf einem hänger achte machen wenn jetzt natürlich auch genug platz zum mitnehmen hat so ich habe jetzt auch mal sechs material das war es hier da sehe ich noch was gerade ich wollte das ist ja nicht verschwenden da musste ich mich erst verschwenden wir noch hinten raus gespuckt sind ja nicht weg grab du luder ich will dir deine arbeit nicht weggnissen aber du fahr mal den einen traktor ein bisschen weiter ran davor denn nicht uns ersticken hier oben am berg hin da ist da man dem hanken guck mal das so viel noch da können wir noch ein bisschen was abzupacken nachher gerade verliert flippt den laufheit einfach nicht so weit weg denn nur berge naja aber wenn man hier vor der haustür was weg machen können muss ich ja nicht weit von außerdem müssen wir auch noch ein bisschen leben finden da bin ich ja spannend wie das aussieht Das ist vielmehr bestimmt noch. Wuppiduppidu, schwuppiduppidei. Lass Malachit mal rein sein. So, schlub sie noch mal abgegrast. Nee, da steht noch Malachit. Da steht überall noch Malachit. Das weiß ich überall, aber an den meisten Stellen steht das noch dran. Da könnte noch was sein. Irgendwo hier, wann? Ich muss erstmal Strom saugen. Grafit hast du jetzt zum Beispiel nicht mehr da, ne? Nee, leider nicht. Okay. Das ist ja nicht so schlimm. Dann hätten wir nämlich da oben noch den einen Knubbel mitnehmen können. Aber das ist egal. Dann fahren wir mal weiter. Da ist Malachit. Und ne Höhle sehe ich hier. Tschüss. Ja, ich komme gleich wieder. Ich muss einen großen Bogen machen, weil da nämlich ein Loch war. Ich habe keine Lust da reinzufallen oder reinzufahren. Ja, sie hat das schon. Da hinten ist auch noch mal Malachit war dazu. Das ist auch noch ein schöner Spot. Oh Gott. Oh, das ist ja ja. Hohe Berge. Eine Kupfermine. Da stellt auch gleich noch ausschaut, ob wir noch Lärm finden. Oder auch. Äh, komm her. Ja, der Fall jetzt. Stecker fest. So. Ein bisschen Platz machen hier. Ein Schicksduft. Wie viel Platz hast du auf deinem Tuf Tuf noch? Äh, ja 15 Plätze oder so. Oder 16 auf jeden Fall. Ja, dann kannst du hier das mitnehmen. Hier ist so viel. Da kriegen wir bestimmt wieder ein ganzes Knubbel voll. Ja, ich bin nämlich gleich voll der Schiff. So, mein Track ist voll. Hä, wieso habe ich jetzt keine... Ach, ich hab... Ach ne, ich wollte gerade sagen, wieso habe ich keine Kanister mehr. Doch, habe ich ja... Ah, ich tausche die mal aus gegen die vollen. So. So. Oh, ich hab mich irgendwie gewundert, warum ist denn der noch ein Geist? Nein, nicht wegen dir. So. Ah, jetzt haben wir ja leider. Meins, 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 meins. Verhalt es doch. Oh. Vorsel, Steinen! Oh. Porsche ist doch nicht General, ne? Das war's, oder? Ja, das war's, oder? Ja, das war's, oder? Da geht noch mal kurz. So, jetzt fahren wir noch mal kurz in die Ebene unten ein bisschen runter. Oh, ich hab noch Dynamite gefunden. Und, uh, schade, jetzt haben wir noch ein Solarsegel gefunden. hat man ein großes solarsegel gefunden ein zweier ich hab da noch platz nee es ist ein zweier du hast keinen platz mehr für ein zweier wenn du jetzt hab ich jetzt eben zurück schickt ne schade ich dachte weil ich hier keine verbundenen dinge habe dann machst du halt hinten so ein lager ab mann lass wieder mal raus jetzt hier ne ich mach das jetzt leider gar nicht so nervig hier guck mal hier sieht man nämlich nur noch ein großes vier elektrische charge macht das nämlich ich habe doch vergessen das zeug heißt das schwarze grafik so eine forma unten ins teil auch linke hand von dir auch guck mal mal vor der leben finden eigentlich müsste man so ein bieten und mal so extra mitnehmen falls man was interessanter findet dass man dann hier was hinstellt kann den bieten ja ist von mir jetzt wegnehmen kein problem ja wir sind ja bei der ehe nehmen dann mal dann stelle ich mir den blauen bieten ja ja weißt du das ist das so vorsicht hier muss in den bürger auf dem land bin ich mal ein bisschen vorsicht mit praktischen einmal so dieses loch eingefallen kann man sich nicht wieder raus sind hier noch erde gehabt guck mal da ist da ist ein objekt ist dass das ganze auch mal das ist ein portalkammer noch links links ja da wollen kann ich jetzt auch oder naja gut hier geht es weiter aber eben vorbeifahren war ein riesengroßes noch wenn die ganze tief runter links und rechts und welche löscher da ist nicht vorsicht die wochen kleine kloch da muss man liegen jetzt nicht mehr gehen keine ahnung was vielleicht irgendwie draufgeklickt lichter in der ferne ja das beide weiße von objekten von dabei gucke hier sind so eine mission nun das ist komisch wenn du warte mal ich zeig dir das machen warte mal vielleicht ne ich glaube nicht mit zwei kürze das nicht hin das reicht nicht aus die energie und ist nicht recht ein bisschen eine wende hoch das ist egal recht doch sein du brauchst bestimmten energie konstanten energiefluss reicht aber wahrscheinlich hier jetzt im moment nicht aus das zu wenig du brauchst das aber auch nur an einer stelle nicht alle allen dreien du hast hier drei genüttel punkte und du brauchst nur an einer stelle machen du musst halt nur einen konstanten fluss haben du siehst denn das dinge jetzt offen sind siehst doch dass da seine schlitte in der mitte sind das sind so eine anzeigen wie voll die energie ist wie er noch benötigt um zu aktiviert sogar in der kern also nicht der kern sagen wir gerade mal zwei punkte von 100 oder das ding fängt oben an bis es ist komplett lila und geht dann da unten runter bis es null ist und dann senkt sich das teil in der mitte runter aber es ist doch wahrscheinlich sind die beiden solar die beinen diesen können wir reichen nicht die reichen überhaupt nicht aus aber die laufen ja auch gerade gar nicht diese nächste neben wir stehen ja auch nicht die waren jetzt ach die waren baggie das war baggie gerade das war gerade baggie probiert du das mal bei mir war das das hier noch mal zurück kann man noch mal her oder warte mal wo man muss ich mach das doch gerade ja 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 aber die drehen sich ja und ich die produziere und gerade können aber normalerweise ist ja immer wenn wir müssen wir später mit einer großen batterie herkommen mit dem generator das geht dann rucki zucki das schwerste ist nachher auf adrox als wenn du so beabsichtigt ist dass sie sich jetzt nicht drehen das ist der berühmte vorführeffekt egal auch guck mal vor dir ist ein rüste gottes noch da pass auf dass du da jetzt erscheint ja ich würde das ding raus hier das ganze ich ausprobieren es hängt dann nur luft er kann schon ja was hängt dann nur luft da haben wir hier noch mal ein bisschen rum gucken irgendwo muss man ja auch noch leben finden das kann ja nicht sein dass wir hier kein leben finden das ist nicht leben wie ein hund hier oder wir müssen als erde sammeln so wie es aussieht ja den schleudern muss das ist ja auch kein problem das können wir uns ja auch erschleudern dann dafür haben wir jetzt die tante fuhr gebaut ja witzig ist es trotzdem das ist ganz schön dass manchmal in manchen stellen hast du so viel noch eine lamp und hier aber noch was guck mal ja man nämlich jetzt mühlt hier ich erforderlich kann ich hätte mich ja was umdrehen machen gibt mal bitte her denn das oder steckt ist bei dir dran genau dann hast du auch mal licht von man da war aber das licht habe ich doch schon ja du kannst du die später nachher auch verschrotten aber man kann die immer nachher auch eine station anbauen warum soll ich nicht ein kostenloses licht nicht nehmen das kann ich ja auch vom meisten sitzen und kann man eine station damit beleuchten meine stadt fahrt ist besser der funktion energie zu mitnehmen so gucken wir mal weiter was haben wir hier noch so etwas auf ist ein großer abhang fixen hier vorsichtig auch wieder ein abhang da müssen wir mal rechts drum herum fahren muss ja ja wollte gerade seine kleine brücke wohnen ich auch gerade vorschlagen so spalten naja toll darum heißt das ja auch so und wenn du kommst mit dem tool nicht klar erhebnet alles ein ja vorsicht 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 aufshin plattform Die beide hätten aber jetzt genug. Könntest du ja mal machen. Ich halte dich nicht auf. Ich suche jetzt eigentlich nur Leben. Das ist das Wichtige, was ich jetzt versuche zu finden. Das ist aber auch komisch, dass wir hier kein Leben finden. Ja, müssen wir schleudern. Das ist doch kein Problem. Dann zentrifugieren wir es. Oh, warte mal, hier liegt es. Die Batterie, die Batterie mitnehmen. Ich nehme die Batterie mal nicht. So. Warte mal, guck mal hier mal Strom. Da brauchen wir nämlich Strom für das Objekt hier. Dann können wir das nämlich vielleicht noch aufmachen. Dann haben wir nämlich noch ein Forschungskommobil. So, und das auch noch. Ich schaue mich auch noch was dran. So, nehmen wir das noch mal mit. So. So. Noch reicht schon so. Ich hätte die Batterie noch genug. Komm. Okay. Aufladen. So, die sind wir hier. Und so, wie sind wir hier? Blutblenden. schutt schutt verlassener rucksack passiert da oder fliegt gerade was warum das auch immer weggeflogen ist wenn der rucksack nach einer gewissen zeit dann ist er immer fliegt der weg schon mal eigenartig habe das auch noch nicht rausgefunden warum dies so ist so ein bisschen platz da kannst du so material glücklich sogar das flutlicht nehmen auf jeden fall mit das ist gut für die beleuchtung für ich mache mir das gleich mal dran hier ist noch ein sauerstoff genau hast du noch platz hier ist so ein seltsames objekt das brauchen wir noch das können wir noch bei dem mit dran stöpfen du hast noch platz naja also ich habe jetzt nichts mehr schafft jetzt komplett voll so dann gucken wir mal ob wir jetzt noch wenn man jetzt kein leben finden jetzt auf der rück tour dann schleudern wir uns das jetzt in der zentrifuge und dann ich gucke mal wo wir haben wir noch ein bisschen objekte vielleicht finden wir ja noch ich suche jetzt eigentlich nur hauptsächlich nach strom objekten dass wir uns jetzt ein bisschen strom an guck mal hier haben wir noch ein forschungsobjekt das wird nee das können wir nicht auch doch da kann man schon guck mal das da ist auch da hinten ist noch ein objekt wo du dynamite einsammeln kannst wenn du das musst können wir nämlich immer noch wir brauchen später ja das brauchen wir noch kannst du mal deinen generator noch mit her bringen hier da reicht die turbine rechte nicht aus ich mache hier die batterie noch mit zwischen die ich noch gefunden habe aber den muss ja erstmal aufladen aber schon gut hat geklappt hat gereicht genau in momentan letztendlich kommt hatte der strom ich meine jetzt ein paar sekunden rechts links von dir ganz vorne siehst du das da sind ich habe schon eingesammelt gerade das witz hier ist auch den deckel kannst du nachher verschrotten kannst du schrott auskriegen aber dass die basis unten nicht die kürzt du nicht weg ist auch ein bisschen komisch ist aber halt bloß egal hier hast du ein bisschen dynamit kannst du noch dynamit mitnehmen oh hier ist auch ein haufen schrott hier haben wir noch einen strom und das brauchen wir erstmal nicht also stromverteiler das ist auch nichts da brauchen wir auch nichts von das ist nur sauerstoffgenerator das ist es gibt es doch gar nicht dass wir hier kein dings finden kein leben 12 plätze hätte ich jetzt noch theoretisch wir kommen hier kommt noch und wieder eine kapsel mal gucken was wir an der kapsel das meistens immer ein rucksack was wir da wieder haben aber warte mal hier ist ein forschungsobjekt drinnen das finde ich schon mal bescheiden geschüssen ja ja ich wollte gerade dass die kaufsammel sehe ich sprung da weg und weg ist das teil wo sie hingeflogen aber ich weiß es nicht mit einer puppe gerade auch sein plump weg geschossen ich habe es nicht gesehen wo sie nicht flogen ist aber das ist noch mit malach hitta kriegen wir nicht mit kupfer was ist denn das das sieht noch hier ist noch ein komisches teil was auch machen kannst ja das habe ich gerade gesehen das ist aber mit dass keine energie sondern da müssen wir glaube ich eine ressource dran machen das müsste glaube ich nicht mal nicht mal nicht mal nicht mal das andere das blaue ähnlich wo dings braucht man aluminium das wasser blau doch mal lacht ja mal lacht das haben wir jetzt nicht auf dem händler drauf du musst du ressourcen für machen aber wir haben noch kupfer mit eine batterie nehme ich mal mit ja auf jeden fall batterie mitnehmen auf jeden fall ich muss immer zu dir kommen weil du siehst mich ja nicht weil ich ja mein bieten nicht dabei habe aber ich sehe doch dein logo von deiner spielflogen ja ja klar ja ja so gucken wir mal haben wir hier noch hier ist noch ein dortes schluch hier ist noch was gucken wir mal hier ich mache keinen abflug will was ich bei der weg teleportiert ja ja ich bin gerade im mitten uns alle flogen wo machst du so gut ich habe keine ahnung was er gerade gemacht wird ich wollte gerade absteigen und hat er mich durch die botanik geschossen ich bin aber sowas von weit weg das also irgendwas funktioniert mit der mit der sauerstoff schein kleister der wagen so weg ne ich bin gerade da wo wir vorhin das riesengroße loch mit dem malach oder das noch mal nach hinternehmen aber wie gesagt denn sein fahrzeug ist auch weg ne ja deswegen schein kleister und wir haben da kein ding dran ne kein bieten der kann ja sonst wo sein jetzt so der du siehst ihn auf der karte wenn du er drückt siehst du ja wo der ist der wagen aber das nützt mir nichts ich komme mir da nicht dann müsste ich ja bis dahin laufen das bringt mir ja gar nichts ich muss ja meine sachen alles abholen aber auch dann machen die kugel einfach kann ich das kugel ja da lassen so ein bisschen meinung ich sehe das auto hat doch wie die beten die karre sich hier kann mich ja und bewegen in der kohle kohle ja wie gesagt die physik engine spenden wir müssen ja ich war jetzt gefühlt da ist das spiel schon zu lange an das macht man das ist manchmal so mit dem ding das habe ich schon kommen aber bleibt du bitte mal da stehen wo ich eben gestorben bin ich muss ja dahin wo ich gestorben bin ja keine ahnung wo du gestorben bist naja ich gucke alle hier in den bergen ich glaube ja ich muss gucken welcher sitze du hast den gelben punkt ich habe den gelben aja ok dem ich jetzt ja weil ich ja woanders runtergefallen bin aber ich bin irgendwo doch schon bald die welt gewesen ist ein mittelgroßes lange einfach so dreh dich jetzt hat er mich hier durch wald ich biete ich ob die blöde ding diese kugel ist hier aber auch gewöhnungsbedürftig die rahmik nämlich nur mit allöchen ja also der chat ist hier gerade nicht sehr aktiv dementsprechend gucke ich natürlich auch nicht häufig rauf forsch hat mein staff gefunden f1 rakete ressourcen ja 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 dann sieht man wie der da ist ja 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 ok aber da fehlt mir die hälfte weg von meinem objekt ach ne doch nicht und wenn du die verpackst hat du dann trotzdem nur eins dort ja oder was egal wie groß der gegenstand ist ne 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 das wenn das die du kannst immer nur eine bei den pflanzen kannst du diese gnubbel von zwei auf eins reduzieren bei manchen kannst du die aber nur eins zu eins verpacken das heißt also wenn die vier schluss haben sind die auch wo es hier sind die auch hinterher wieder für es wird so jetzt muss das mal gucken wo ist mein traktor jetzt ja so ein kleiner boost ja ich sehe die ja nicht mal auf der kam auf dem kompass oder so ich auch nicht sonst sehe ich ja wenigstens auto irgendwie noch auf dem kompass hier ist was material ich habe mich auch immer aus das ding aus dem sitz raus katapultiert ohne ende das bestimmt irgendwo in den wolken das hatte ich schon mal hier ab dieser wurde irgendwo mitnehmen im all irgendwo dann habe ich mich hoch gearbeitet aber dass der mit so einem schmack ist weg auf einmal der ist ja einfach weitergefahren und ich bin runtergeflogen und weg war's ja also so wie ich das gesehen habe habt ihr euch beide weg teleportiert auf jeden Fall wart ihr weg ja ja ist natürlich blöd wenn du das jetzt auf dem radar nicht mehr siehst ne aber ich sehe es ja auch nicht auf dem radar das ganze Malachie ist ja auch alles weg ja du hast ja das ganze Malachie bei dir drauf gehabt ja verdammt also bei mir ist noch ein zweimal habe ich hier kupfer sozusagen also zweimal Malachie habe ich hier drauf den Rest hast du alles gehabt naja klar aber ich habe hier noch ein aber ich weiß noch nicht ob es irgendeine Möglichkeit gibt es sonst noch irgendwie an die ganzen Sachen also über Konsolenbefehle oder sowas dass man darüber die Fahrzeuge zu sich porten kann oder so ähm ich habe hier noch ein bisschen na gut also es muss noch eine Lampe und ein Elektro-Dienst jetzt mal sortieren Sauerstoff aber das brauchen wir ja nicht oder? dann hast du noch Sauerstoff wie gesagt das kann man ja verschrotten nachher das ist ja kein Problem ach na gut ich muss jetzt mal nach Hause ich habe jetzt voll hier ich kann nichts mehr mitschleppen ich freu jetzt erstmal nach Hause ohne auch Kulone nach Hause Leiche wird immer angezeigt der Rucksack der Leiche die spawned erst wenn dieser komplett leer ist ja der ist ja eigentlich leer ich habe ja nichts mehr mitgehabt ja ja aber das Fahrzeug ist weg das Fahrzeug finden wir nicht mehr ja er hatte genauso so ein Dreier-Faktor-Ding so wie ich nur dass die irgendwie hochkatapultiert wurden beide bist du denn am Falschhahn gestorben oder was? ja ja klar ich war ja im All ich bin ja voll was weiß ich komplett im All verdammt ich könnte nicht mehr bremsen wenn du Scheiiiist ja das ist zu bringen dass sie nicht noch weiter runter bist da unten ist nämlich noch ein Loch im Loch ja wenn ich Glück habe komme ich da uaeaeaeaea ja genau da ist das andere Loch da ist eine Kügel oder was Ah! Quatsch! Was ist denn hier los? Wir haben jetzt ein komplettes Fahrzeug verloren. Fahrzeug liegt vermutlich dann in der nächsten Höhle darunter. Weil im Game eigentlich nichts diesbund. Aber du musst erst mal wissen, wo du warst. Ich hab da bin ja irgendwo weggeflogen und da ist ja die die Kugel... Ja, das Ding ist, liegt das jetzt da drunter, wo du denn gespawnt hast? Oder liegt das da drunter, wo es jetzt wahrscheinlich despawned ist? Ja genau, das denke ich auch, wo der despawned ist. Da müsste ich ja nochmal zurückfahren, aber ich glaube nicht, dass ich das nochmal finde, wo das war. Ja, das finde ich auch. Ich meine, ich kann versuchen durch die Stelle nochmal zu suchen. Die war jetzt nicht so weit weg, aber... Ich glaube, das wird nichts. Ich würde mal hier durcharbeiten jetzt irgendwie versuchen, hier hochzukommen. Ja, wir hatten ja ein Leuchtfeuer dran, aber das haben wir dann benutzt für was anderes. Ne, Leuchtfeuer hatten wir dran. Warten wir. Aber wir haben da mit dann was anderes markiert. Ah, ja, da rumgelaufen. Ist jetzt so. Und ja keiner ahnen, dass das, dass die Physik Engine hier in dem Spiel so scheiße ist. Das wird das selbe Ding wie vorhin. Ne, das ist in einem anderen, oder? Echt jetzt? Jetzt hat er mich durch den Boden geglitscht, bin ich da oben und meine Kugel ist unten. Och komm ey, das ist doch jetzt nicht wahr. Na, wenn dann richtig, ne? Ja. Auf jeden. Jetzt hat er mich, wie gesagt, jetzt hat er mich nach oben geglitscht, weil ich ausgestiegen bin, weil ich meine Kugel ja, damit ich ja hier den Boden ebnen muss. Und jetzt hat er mich aus der Kugel rausgeglitscht. Ja. Und ich stehe jetzt hier mitten im Wald. Dynamit. Mit dem Verpacker, oder was? Mit dem Verpacker, oder was? Oder ohne Verpacker, mein es jetzt. Die Verpacker? Ne, ich bin aus der Kugel rausgeglitscht. Ne, ich antworte auf den Chat. Entschuldigung. Öh, öh, öh. Nö, mal weg jetzt hier. Hallo. Hallo. Ja, hier ist ein Ding weg. War doch nur hier am abernten. Ich werde dann hier einfach meine Waffe wieder wegstecken. So dumm, oder? Oh, ich hab meine Kolobeläu gefunden. Meine Sofabel. Die lässt sich aber auch schwer steuern, das Ding, ey. Aber ich hab hier einen gelben Punkt gefunden. Hast du einen gelben Punkt gefunden? Ja, das ist das, was von deinem... Das Leuchtfeuer von dir, was an deinem Trecker dran war. Dein War ist immer noch dran. Ja, ich sag ja nur, dass das hier dein Leuchtfeuer ist, ein gelbes. Ach, ich falle das mal zur Basis zurück, anders geht's jetzt nicht. Ach so, ich find jetzt hier auch einen sicheren Weg nach Hause und nicht laufend auf den Gegenkolommen. Mal schauen, wa? Das ist ein zweier Ding, wa? Kann ich gar nicht mitnehmen. Hier ist nämlich ein Autoarm drin. Ja. Warum macht er den Rucksack auf? Ich hab gar nicht Kuh gedrückt. Hm. Okay. Ich fahr weiter. Ich bringe nichts. Wo muss ich denn jetzt da hin? Wo ist denn unsere Basis? Ja, wo das auf dem Kompass das Haus-Symbol ist. Das ist unsere Basis. Mit einmal Harz macht man im Notfall einen Luftfilter. Ja. 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 Das ist ja nicht so. Von der Erde wird nur kein Harz, aber... Ja, deswegen sollst du das ja auch immer mitnehmen. Wieso denkst du denn nicht dran? Wieso denkst du denn nicht dran? Hey, Sepp. Guck mal, findest du einfach ein Kleeblatt neben sich? Wie frech, ey. Hallo Lupus. Einen wunderschönen Samstag finde ich dir. Na, wie war deine Woche? Hallo Sepp, hat dir die 351 nicht gefallen? Regel 1 im Game immer einen kleinen Kanister dabei haben. Hab ich. Und Regel 2? Ja, hätten wir mal den Beacon nicht abgemacht, wa? Jetzt ist es auch so weg. Installiere den Sauerstoffmacher. Wie soll das mal bauen, glaub ich? Hm. Entsperre, drucke und befestige den Boost-Modus am Gelände Werkzeug. Boost-Modus. Da ist ein RTG. Ah, was ist das? Handnetzer? Handnetzer-Plattform. Ne, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Schalte Leichtschläge frei. Schalte Dynamit frei. Und dann kriegst du den QRTG, den kleinen. Kleines Solarmodul. Boost-Modus. Boost-Anpassung. Zink. Na, das haben wir doch. Da lag mir nochmal Zink um. Das schmopiert. Das schmopiert. Na, vielleicht kloppt der noch mal auf, der Dings. Regel 2, man redet nicht über den Fall. immer mit arbeitslicht in den höhen regel 3 immer ein leuchtvoller bei fremden planeten auf boden beim landesblatt höchste geschwindigkeit der deformation aktivieren durch anschluss an gelände erhöht die bohrstärke um harte geländeoberflächen zu bewältigen aktivierung durch anschluss mittlere schräder und aus schrott kannst du handeln und kannst dafür bestimmte materialien kaufen oder du kannst später nachher wenn das mal so eine event sind kannst du meistens mit schrott immer bestimmte sachen freischalten so weit wie eine währung dann kann man sagen zweite währung ist die eine ist denn immer diese diese exo chips so wollen rumklappern hier der schrottmacher ja das habe ich habe ich auch gehört gehört jetzt kommt schön aus der bube klassiker den landerplatz sieht man dann vom weltrum aus also brust an deinem wagen jetzt brauchst du erst mal einen neuen wagen man muss doch besser aufpassen machen mich noch zu mir hat der mike glaube ich schon gemacht sport item das habe ich schon ach so das ist das geräusch wenn er voll ist das muss man ja auch erst mal wissen wenn man diese klack ruhig macht diese klick 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 und dann ist er voll aufpassen schreiber wir einfach die lampen lassen mal die kosten lassen wir die lampen mit der daten können wir uns den basis hier erleuchten nicht nur wieso sondern auch ne das ist nicht dann bauen wir halt wieder neu ist das kein Problem ja ok ressourcen gibt es doch auch einen mast hier auf dem planet ne ja nicht und verschwinden sogar vor dem nackt ja lösen sich einfach in luft auf dann könnte ich den nicht nehmen so wäre er noch nicht fertig war warte mal hier ein hänger hänger brauchst du doch ne ja erstmal brauche ich auch nen ding nen traktor ja brauche ich dir kein problem traktor brauchen wir zweimal alu hallo halo hallo 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 jetzt hat er den weggebotes funinity junge stelle mal den scheiß hier hin und zwar sodass er passt es macht oder keine ahnung was er hier macht das verstehen oder so jetzt ist das Ding voll du? wir können dann da rauf in diesen komischen Verbindungen so also hier hast du deinen Traktor wo muss denn der? da ist der Hänger Gemisch und Aluminium du wirst schon wieder drei Hänger haben wir haben wir denn ein Gemisch hier irgendwo noch? das kann ich dir nicht sagen weiß ich das nicht ist der glaube ich kein müssen wir uns erschleudern Aluminium das Ding Keramik Kohlenstoff sieht mir so aus Ressourcen und Höhen hast du in jedem Plan 10 eine mittlere Platte im Wing alle Drucker ja das machen wir dann so die ist dann fast nisch sind wir gerade dabei die ich glaube der gerade hinter dir was ne er meinte wegen Plattform B da können wir alle Drucker drauf machen aber ist heute mein allererster Tag ach also ruhig Blut sag ich mal ne heute mein aller allererster Tag Astronia erwartet kein Profi so wie geht's hier mit dem welchen Springbooster zersprotten ja hier ist noch ein Sauerstofffilter der ist noch leer oder wenn der schwarz ist dann ist der doch leer ne dann kann ich den ja eigentlich auch zersprotten hast du noch das Dynamit 3 mal oder so kannst mal hier die Dings Ladungen das Dynamit an die Kapsel hier machen die an dem Dings steht aber vorsichtig und hier mal weg springen der Müll nochmal wenn es ein bisschen Zeug vorsehen hättest du dich auf die andere Seite legen können ne guck mal was du jetzt hier für ne Unheutung gemacht hast der will sich ja das Ding weg gesprengt die Kapsel ne aber eigentlich haben wir doch jetzt einmal Schrott schon produziert oder? musstest doch jetzt schon mal die Schrottdings abgeschlossen haben die Quest äh ja ich guck schon muss ich mir nur die Belohnung noch holen glaub ich hm Belohnung für Boost Modus und Bohr Modus dafür kriegen wir die Erdzentrifuge wollte ich nicht schon hm aber die haben wir jetzt umsonst bekommen ne ne die können wir ne lass mal die können wir immer nochmal mit einpacken und später mal auf den anderen Planeten mitnehmen achso ok die können wir mal zu die einfach mal lassen das ist kein Problem die kann man nochmal benutzen die hätte ich ja sowieso nicht zersprüttelt hm 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 ja hm 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 ja warte mal ich wollte hier doch noch einen hänger bauen hm oh der nimmt schwung wieder ab Mann ey hm 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 an woher ein steht und der genau länger und dann brauchen wir noch mal hier mit dem große lagern vier stück was sie mit nur was gerade was anderes ein moment das macht was anderes ich brauche jetzt vier mal so eine lager oder hast du das gerade gebaut? ne ne? sauerstoffmacher hast du gerade gemacht mittelgroßes lager hart haben wir auch 8 mal 1 2 3 4 haben wir irgendwo noch ein biegen rumliegen? ne? nein haben wir nicht mehr der ist ja kaputt nachdem wir den ja weggegeben hätten als der liegt draußen oben aber den sehe ich auch nicht mehr ne? den blauen das ist kaputt das können wir auch zerschrocken ich guck mir fehlt noch einmal harz ich geh irgendwo nochmal einmal harz rum nehmen das müssen wir glaube ich nochmal die Zentrifuge einmal herstellen die die in im 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 Oh, ich hab schon lange ein bisschen mit dem Ding fertig ist. Das ist ja kaum Energie. So, dann brauchen wir so eine kleine Windturbine und ein Biegen. Oh, siehst du, kommt doch schon ganz schön gut alleine, aber ich schaffe das schon. Ich bereite schon was anderes vor. Ja, ich merk schon. Jetzt muss ich wieder bei mir machen. Leuchtstäbe verpacken. Aber irgendwie höre ich hier gerade etwas Pferd unterirdisch. Das hört sich an, als ob der Truck bei mir gerade fährt. Ja, dann hol ihn mal. Ja, ich muss erstmal das orten. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Was verfährt denn der die ganze Zeit? Quarz. Haben wir hier irgendwo Quarz. Hier haben wir Quarz. Da brauche ich mal so ein Leuchtfeuer für dein Auto. Kleine Windturbine, brauchen wir Keramik. Den kann ich auch noch irgendwo rumliegen. So, der neue Auto ist jetzt orange. Okay. Weil ich das auch orange bin, oder was? Ja. Was tut ich eigentlich? Ach, der Buggy. Oh. 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 Der Buggy. Ist Buggy. Das Spiel ist Buggy. Komm, komm mal bitte zu mir. Moment. Mach mich erstmal leer. Jetzt mal nur diesen Aufräumen hier. Warte hast du denn meinen jungen Spund. Ich geb dir mal was. Stell mal das bitte irgendwo hin. Warte. Leeres Terrarium. Leeres Terrarium. Stell mal das irgendwo hin erstmal. So. Du hast ja... Warte. Jetzt geht man da, das Ding da noch mal ran. Oh, irgendwo hämmert hier irgendwas unterirdisch. Ne lass das mal da stehen. Du brauchst das noch. Lass mal stehen. Geh mal hier an das Ding ran hier. Mach mal die Mission. Gib mal die Mission ab. Starte ein Terrarium mit Erde aus. Ah hier. Starte ein Terrarium mit Zink aus. So. Wenn wir jetzt kurz mal Zink bauen. Starte ein Terrarium mit Hüpf-Rankensamen aus. Zink. Warte, ich hol dir jetzt mal Zink. Ja. Stopp. Was war das? Was brauchen wir jetzt? Hüpfsamen? Ja. Hüpf. Irgendwann mit Hüpf. Das sind diese... Das sind diese schwarzen... Die... Die... Hüpf-Rankensamen. Ja. Das sind diese die, wo ich gesagt hatte. Wo wir draufklicken. Ja. Ich hab das schon. Warte mal. Ich komm mal gleich. Jetzt bring die raus. Komm. So. Bleib mal hier zum Terrarium. Komm mal bitte noch mal her. Oh. Wo bist denn die? Ja. 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 So. Geckt das doch mal bitte drauf. Weißt du doch einfach auf den Boden. So und jetzt gehst du mal bitte an das Ding da hinten dran. wo die große antenne drin das mysteriöse schiff das panel genau das ist jetzt irgendwas machen können nur noch text dann ist es doch hier an dem ding da musste ja du musst hier am missions lockbuch noch mal gucken tschuldigung doch das war jetzt noch da was können wir denn dafür kleine trompetenrupe und das schimmer dafür ja das war nicht das was ich meine noch die kleine rupe die manchmal die da oben drauf bitte ein kleines horn am fertigen terrarium führe den richtigen mode für gesünder benutzer einem titel terrarium um sechs silber mitzunehmen muss das reinigen das terrarium das licht hier das hast du ja ich müssen hier gerade machen wir die tröte da oben drauf das ist ja schon ein buchwerk gestopft das ist der geld der lastruppe kann ist gut und jetzt muss sein dem irgendwie hingehen und muss da irgendeinen tanz machen was musst du da machen ich weiß ja nicht mehr du musst gehen wir ran und dann drückt man gehen und dann musst du irgendein der sagte ja was zu machen muss der freundensprung landisch doch das ist ja dem hast du da den enten tanz muss man machen jetzt musste gucken drück mal erne ne was war das jetzt da war das glaube ich ja irgendwo muss dein kompass aufmachen dann zeigt er dir nämlich an wo der namen jetzt auf ist da oben ist er sonst musst du das da auch nochmal machen muss dreimal muss er das machen hängt dran an deine energie ja jetzt verschwindet kannst du dann einsammeln denn dann ist er befreundet mit ihr und dann kannst du einsammeln hast du einen gesammelt? nein weiter oben ist er, warte ich bin schon auf dem weg, keinen stress bitte damit du auch strömest dann lauf doch mal weiter dann mach dir nix nein, du musst ihn dreimal mit dem text machen und dann wenn er befreundet ist, dann sagt er, dann kannst du nein schicken nicht mit der dings, du musst es einen Entenpanz machen oder wie auch immer und wenn er sich freut, dann kannst du nein sammeln was sagt er dir denn? I'm not amused 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 Geht nicht I'm not amused Warte mal, ich guck noch mal nach und was musst du da nämlich machen Du musst dreimal irgendeinen Tanz machen mit dem und dann ist er mit dir befreundet Alter, du musst das Ding mitnehmen, genau das Terrarium musst du mitnehmen Du musst das hier nur daneben stellen Dann ist der auf einmal in dem Terrarium drinnen Du musst das hier nur daneben stellen, bei der braucht die Musik dazu Dann wird der eine so und dann... Und dann ist er mit dem Terrarium drinnen Und dann ist er Und dann ist er Du musst die Tröte, die brauchst du noch Die musst du aufnehmen Du musst das einstecken bloß Ich muss das erst mal wieder wegkriegen Weil es mir gerade die ganze Zeit in die Fresse hängt Warte Mann, mach dir mal das scheiß Ding zu, wie er Tausend Knöpfe Ja, das ist manchmal lustig Ich hab da auch immer so verzweifelt schon So wie mit dem Trecker verringen Ich hab da eher abgenervt, ja Jo Warte, jetzt kannst du das hier in ein bisschen Ding reinstopfen? Gebt dir das wieder? Kannst du glaube ich auch machen, dann wird die Quest auch fertig Aha Ja, ich würd's ja dir überlassen Du solltest es ja machen, nicht ich Ja Abschlossen Hat mich gerade sowieso nur abgenervt Gerade das Vieh Da muss ich mal irgendwelche Sachen drücken, ey Ja, wenn... Ich will hier was schaffen Und nicht irgendwelche kleinen Pissviecher da sammeln Ich glaube, wenn du den nimmst, mit dem irgendwas machst, kannst du dir Energie In dem du mal fütterst Du machst jetzt den Sauerstoffgenerator oder boah das jetzt so? Mach den bloß aus In diesem blöden In dem blöden Scheiß-Schrottteil war ein beschissener Dings drinnen Sauerstoffgenerator Das ist der jetzt gar nicht bauen drauf Wunderbar Hätten wir gar nicht machen wollen Das wüsste ich aber nicht, weil das ist ein Unterschied Das ist nie, dass der immer leichter ist Zumindest ist mir das noch nie aufgefallen Aber den können wir noch mal behalten Weil du brauchst auch manchen Wings brauchst du den auch Kannst du den nämlich dann auch dort benutzen Dann packen wir den nämlich bloß wieder ein Dann packen wir uns erstmal auf eine Plattform Jo Und dann produziert der zwei Strom Wir haben zwar jetzt Sauerstoff aber ist egal So Ist nie wieder drinnen So 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 nichts das küsste automatisch immer das zurück blöde mit dem so die lassen uns dahin gehäuse gescannt und ein gehäuse gescannt wissen nicht mal wie man jetzt kennen kann na du musst die wuchs anklicken und dann hier ist kennen brücken muss angucken also im mauszeiger auch mal mit dem f drücken bei dem menschen bitte hier war ja das haben wir doch gerade gemacht das haben wir das war doch die schelle ja das muss ich machen fünf stück jetzt haben wir ja gemacht denn da machst du ja das sind gestoppten da gekriegt oder darum dass sie da jetzt weiß ach so das sind wieder ganz andere viecher oder was und der das sind einfach auf jeden person ja genau du musst alle achten muss nicht aber damit für die quest sind musst du alle machen dann wohl bereits ich bin nach fünf minuten afg das ist perfekt vielen dank fürs zuschauen leute bis zur nächsten folge